Die beiden Halbfinalisten im Spiel und in Einzug ins Finale zwischen Deutschland und der Schweiz. Die Halbfinale zwischen Deutschland und der Schweiz beginnt mit der Angelegenheit. Die Halbfinale zwischen Deutschland und der Schweiz beginnt mit der Angelegenheit. Die Halbfinale zwischen Deutschland und der Schweiz beginnt mit der Angelegenheit. Die Halbfinale zwischen Deutschland und der Schweiz beginnt mit der Angelegenheit. Die Halbfinale zwischen Deutschland und der Schweiz beginnt mit der Angelegenheit. Die Halbfinale zwischen Deutschland und der Schweiz beginnt mit der Angelegenheit. Vielen Dank. 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 Ja. 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 Ja.